Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir auf den Versandprozess von JTL-Wawi eingehen. Im Verlauf des Videos werden wir diesen Auftrag ausliefern. Dafür wechseln wir zu Versand, Lieferbare Aufträge. Hier finden wir alle vollständig lieferbaren und bezahlten Aufträge. Außerdem werden hier alle Aufträge gelistet, die in ihrer Zahlungsart die Option Lieferung vor Zahlungseingang aktiviert haben und vollständig lieferbar sind. Unser Auftrag ist komplett lieferbar und bezahlt, daher wird er hier gelistet. Die Aufträge hier sind für sich alleine lieferbar. JTL-Wawi prüft in dieser Liste noch nicht, ob sich Aufträge gegenseitig in die Quere kommen können. Wenn wir einen Auftrag markieren, werden in der unteren Tabelle für einen schnellen Überblick die Position des jeweiligen Auftrags gelistet. Wenn wir einen Auftrag markieren und auf Bearbeiten klicken, öffnet sich das Bearbeitungsfenster für Aufträge. Hier können wir Änderungen am Auftrag vornehmen. Falls nötig, könnten wir hier manuell zum Beispiel die Versandart oder die Zahlungsart anpassen. Wir passen den Auftrag nicht an und schließen das Bearbeitungsfenster. Wenn wir einen oder mehrere Aufträge markieren und dann auf Ausgabe klicken, öffnen sich die Ausgabeoptionen. Hier könnten wir den Auftrag, die dazugehörigen Versandetiketten oder eine Packliste manuell ausdrucken. Mit einem Klick auf Auf Pickliste setzen, können wir die Positionen des Auftrags entweder auf eine Pickliste pro Lager oder eine Pickliste pro Auftrag einstellen. Wenn wir auf Auftrag klicken, können wir einige Aktionen mit dem Auftrag ausführen, zum Beispiel die dazugehörigen Positionen auf die Einkaufsliste setzen oder die Priorität anpassen. Wir möchten den Auftrag ausliefern, daher klicken wir auf den entsprechenden Button. Jetzt öffnet sich das Auslieferungsfenster. In der linken Tabelle werden alle Aufträge gelistet, die wir zum Ausliefern markiert haben. In diesem Tutorial liefern wir nur einen Auftrag aus, daher befindet sich in der Liste auch nur dieser eine Auftrag. In der rechten Tabelle sehen wir alle Positionen, die zum Auftrag gehören. Hier können wir wie gewohnt die rosa hinterlegten Felder bearbeiten, also aussuchen, welche Position wie oft aus welchem Lager ausgeliefert werden soll. Die Zahl in Klammern hinter dem Lager zeigt an, wie oft der Artikel im jeweiligen Lager verfügbar ist. Wenn wir hier eine der Positionen markieren, sehen wir in den Positionen-Details eine genaue Auflistung, wie oft der Artikel in welchem Lager liegt bzw. falls wir mit Dropshipping-Partnern arbeiten, wie oft er dort verfügbar ist. Im Reiter Pakete sehen wir, mit wieviel Paketen unsere Waren rausgesendet werden. Wenn wir das Gewicht unserer Artikel gepflegt haben, wird das hier auch entsprechend angezeigt. Da wir noch keine Tracking-ID vergeben haben, ist das Feld noch leer. Dazu aber später mehr. Mit Hinzufügen könnten wir hier auch weitere Pakete für den Versand einrichten. Also wenn unsere Waren nicht alle in ein Paket passen oder wir sie in mehreren Paketen versenden möchten, könnten wir das an dieser Stelle schon direkt entsprechend einstellen. Im Dropdown Teillieferung können wir festlegen, ob wir für diesen Versand Teillieferungen zulassen und ob wir gegebenenfalls die Restmenge einer Teillieferung in neue Aufträge übernehmen möchten. Wir entscheiden uns gegen Teillieferung und wählen daher keine Teillieferung. Wir kontrollieren, dass die Checkbox für die erweiterten Optionen aktiviert ist, damit wir noch ein paar weitere, wichtige Einstellungen nach dieser Maske vornehmen können. Dazu aber gleich mehr. Unter Lager Priorität können wir festlegen, aus welchen Lägern und von welchen Dropshipping Lieferanten wir ausliefern möchten. Die Einstellungen dazu schauen wir uns aber in einem anderen Versand Tutorial an. Da unsere Artikel ohne Seriennummern arbeiten, können wir hier auch entsprechend keine eingeben. Auch den Umgang mit solchen Spezialartikeln, die mit Seriennummern, Chargen oder MHD arbeiten, schauen wir uns in separaten Videos an. Mit einem Klick auf OK schließen wir das Auslieferungsfenster. Da wir im Auslieferungsfenster den Haken bei Erweiterte Optionen anzeigen gesetzt hatten, öffnet sich nun das Fenster für die erweiterten Optionen. Die Einstellungen, die wir hier treffen, werden von JTL-Wawi für die nächsten Versandprozesse gespeichert. Wir müssen also nicht jedes Mal in diese Option. Wir können hier einmalig alles so einstellen, wie wir es brauchen und beim nächsten Mal dieses Fenster einfach überspringen, indem wir die Checkbox in der vorherigen Maske deaktivieren. Da wir beim Ausliefern schon eine Rechnung für die Buchhaltung erzeugen möchten, setzen wir den entsprechenden Haken in der Checkbox. Wir legen außerdem fest, dass wir die erstellte Rechnung direkt drucken, um sie mit ins Paket zu legen. Und wir möchten die Rechnung als Datei lokal speichern. In den Lagereinstellungen legen wir fest, wie unser Versandprozess genau ausgeführt wird. Beim Ausliefern wird immer ein Lieferschein erzeugt. Mit dieser Option können wir allerdings pro Lager einen Lieferschein erzeugen. Das macht Sinn, wenn wir aus mehr als einem Standort ausliefern. Da wir aus nur einem Lager ausliefern, lassen wir die Checkbox frei. Wir möchten unseren Lieferschein aber auf jeden Fall ausdrucken, um ihn direkt ins Paket zu legen. Auch den Lieferschein speichern wir nochmal separat als Datei. Alle Ausgabeeinstellungen, die wir hier treffen, beziehen sich pro Auftrag. Wir liefern in diesem Tutorial nur einen Auftrag aus. Aber wenn wir mehrere Aufträge ausliefern, wird pro Auftrag eine Rechnung erzeugt und gedruckt. Genauso wie pro Auftrag ein Lieferschein erstellt wird und so weiter. Wir wechseln in den Reiter Versand. Durch das Ausliefern wird auf jeden Fall mindestens ein Lieferschein erstellt. Standardmäßig ist dieser Lieferschein offen. Also der Status des Auftrags wird dabei nicht auf versendet gesetzt. Mit dieser Option wird der Lieferschein direkt als ein versendeter Lieferschein erzeugt. Und dieser Status wird dann auch entsprechend vom Auftrag übernommen und direkt an alle relevanten Verkaufsplattformen übertragen. Wenn es sich also zum Beispiel um eine Amazon- oder Shop-Bestellung handelt, wird mit dem Aktivieren dieser Checkbox direkt der Status Versand an die Plattform übertragen und das heutige Datum als Versandzeitpunkt festgelegt. Wenn wir mit einem Logistiker zusammenarbeiten, möchten wir in der Regel unsere Auftragsdaten exportieren, damit unser Logistiker entsprechende Paketlabels und Tracking-IDs generieren kann. Dafür setzen wir den Haken bei der Checkbox Versanddaten exportieren. Die Etikettenausgabe lassen wir auch auf Ja stehen, da wir direkt unsere Etiketten ausdrucken möchten. Das Zusammenspiel zwischen Versandart, Logistiker und Auslieferung, insbesondere das Einpflegen von Tracking-IDs schauen wir uns in einem anderen Versandtutorial genauer an. Auch die Picklisten, Dropshipping und Fulfillment-Optionen schauen wir uns in anderen Versandtutorials genauer an. Wir sind mit unseren Einstellungen soweit fertig und klicken auf OK. Wenn wir jetzt in Versendete Lieferscheine wechseln, wurde unser Lieferschein zum Auftrag angelegt und der Status auf Versand gesetzt. Damit ist der Versandprozess vollständig abgeschlossen und an dieser Stelle sind wir schon fertig. Wir möchten uns aber noch ein paar Funktionen anschauen. Wenn wir den Lieferschein markieren, sehen wir unten, welche Positionen ausgeliefert wurden. Und unten rechts mit wie vielen Paketen unsere Ware rausging. Mit einem Klick auf Bearbeiten Versenden können wir alle markierten Lieferscheine nochmal genau einsehen bzw. bearbeiten. In der linken Liste sehen wir die Lieferscheine, die wir gerade einsehen. In unserem Fall natürlich nur der eine, den wir gerade erstellt haben. Wenn der Lieferschein noch offen wäre, also unser Auftrag noch nicht den Status Versand hätte, könnten wir hier den Versand manuell setzen. Außerdem können wir hier auch nochmal bei Bedarf die Versanddaten exportieren oder die Versandetiketten nochmal ausdrucken. Wir haben in diesem Fenster auch nochmal einen genauen Überblick, welche Positionen wie oft von wo aus versendet worden sind. Auch alle Informationen bezüglich des Versands, also Tracking-ID, Anzahl der Pakete, Versandart usw. werden uns hier angezeigt. Mit einem Klick auf das Plus- bzw. Minuszeichen könnte man hier bei einem offenen Lieferschein auch weitere Pakete hinzufügen bzw. die Anzahl der Pakete reduzieren. Da wir diesen Lieferschein schon erledigt haben, schließen wir das Fenster mit einem Klick auf OK. Wenn wir einen oder mehrere Lieferscheine markieren und auf Ausgabe klicken, können wir den Lieferschein oder andere relevante Dokumente, die zu diesem Lieferschein gehören, z.B. die dazugehörige Rechnung, ausgeben, also drucken, faxen, speichern usw. Über den Button Lieferschein öffnen sich Optionen für die Kommunikation des Versandstatus. Zum Beispiel können wir hier den Versandstatus nochmal an unsere Verkaufsplattformen wie Amazon übergeben. Dabei wird selbstverständlich auch die Tracking-ID, falls sie denn vergeben wurde, an die jeweiligen Plattformen übertragen, damit der Kunde seine Waren-Sendungen verfolgen kann. Wie wir die Tracking-ID möglichst unkompliziert und automatisiert in unseren Versandprozess einbinden, schauen wir uns in anderen Versandtutorials genauer an. Die Einbindung eines Logistikers läuft nämlich bei jedem Logistiker ein wenig anders ab. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Versanddaten zu ex- bzw. importieren. Auch das hängt eng mit der Vergabe der Tracking-ID und der Einbindung eines Logistikers zusammen. Über den Button Auftrag öffnen wir den Auftrag zum markierten Lieferschein. Da wir an unserem Auftrag nichts anpassen wollen, schließen wir das Fenster wieder. Dies war ein Versandtutorial über das Ausliefern eines einfachen Auftrags in JTL-Wawi und ich freue mich darauf, Sie im nächsten Tutorial begrüßen zu dürfen.